Herzlich Willkommen beim Frühlingsfest in Stuttgart 2023 mit Waden TV. Waden TV 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 an der Kasse zu stehen, alle Leute zu empfangen, zum Beispiel auch Promis. Wir haben ja ein Megaprogramm heute da gehabt, das ist alles mit sehr, sehr viel Arbeit. Man unterschätzt das und Flo macht das ja schon jahrelang und er ist ja ein Profi, aber trotzdem bedanke ich mich bei Florian auch für die Gesellschaft. Es ist wirklich harte Arbeit, jeder denkt, naja, kein Problem, so eine Veranstaltung hat man mal kurz aus den Hosen geschüttelt, ist aber nicht so, sondern gehört ganz, ganz viel Arbeit dazu. Und da danke ich euch und auch Olli, Media und euch, dass ihr uns begleitet, dass ihr für uns da seid, dass ihr Bericht erstattet und das zeigt, wie es bei uns aussieht hier auf der Party. Vielen, vielen Dank. Ja, da können wir natürlich auch nur Danke sagen, ich spreche jetzt glaube ich auch von Olli, der hinter der Kamera steht, wenn ich sage, vielen, vielen Dank für das Lob, für die Einladung, wir sind super gerne mit dabei, es macht ultra viel Spaß und jetzt feiern wir ordentlich, würde ich sagen. Und jetzt gehen wir ins Havos, jetzt gibst du das Mikrofon. Hi, ich stehe hier gerade mit Julia Siegel, was machst du heute Abend hier? Ich bin auf dem Vasen, eins meiner Lieblingsvolksfest, muss ich sagen, ich bin der Münchner Kindler eigentlich, was Oktoberfest lieben sollte. Ich mag das Oberfest, aber ich bin seit fünf Jahren wirklich lieber auf dem Vasen. Es sind weniger Touristen, die Leute sind jünger, die Musik ist geiler, die Stimmung ist besser, die Besoffenen sind nicht so primitiv, also ich bin ein riesengroßer Vasen-Fan. Mega, das höre ich natürlich total gerne als absoluter Stuttgart-Fan, weil oftmals ist es ja doch so, dass die Leute sagen, ach ja, und dann aber, ne, Oktoberfest etc. Also, Stuttgart-Fan bin ich nicht für den FC Bayern, ansonsten lieber Vasen als Wiesen. Naja, immerhin, wir begnügen uns erstmal damit. Ja Mensch, und mit wem bist du heute Abend hier? Ich bin ja eigentlich immer in meinem Lebensgefährten mit dem Ludwig, und ohne den würde ich hier nicht hergehen, das wäre mir dann zu wahnsinnig, und dann muss ich es manchmal übersetzen. Ok, ja, alles klar, und ihr seid auch mit dem Nico da, ihr seid eng befreundet, oder? Boah, ich kenne den Nico seit 2009, Nico und ich waren zusammen im Dschungel und haben da viele geile Abende und Nächte erlebt im Dschungel zusammen. Seitdem sind wir befreundet, ja. Ja, mega cool, auch dass dein Lebensgefährte sich dann so gut mit ihm versteht. Kennen die sich auch schon so lange, oder haben die sich dann über dich kennengelernt? Also, alle Prominenten, die ich kenne, kennen mein Lebensgefährte jetzt seit fast sieben Jahren. Und das sind viele. Das glaube ich dir gerne, cool. Ja, Mensch, und wo geht es nachher noch hin? Nachher gucken wir vielleicht in Stuttgart noch in irgendeine After-Party-Location, schauen wir mal. Oder wir fahren nach Hause, ich weiß es noch nicht. Ich mache das immer gerne spontan. Ok, und dann bleibt ihr aber noch ein paar Tage hier in Stuttgart, oder? Naja, Ludwig wohnt in Göppingen, also kann passieren, aber auch nicht, weil er hat zwei Golfturniere. Und ich habe jetzt noch keine Lust Golf zu spielen, und ich weiß es nicht, ich mache das alles spontan. Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ja, cool, dass du kurz Zeit für uns hattest. Vielen Dank, dann noch ganz viel Spaß heute Abend, und lass es krachen. Hi, ich stehe hier jetzt gerade mit der Eileen Saga, die bis vor kurzem noch bei der SDS mit dabei gewesen ist. Ja, von der SDS zu uns hier heute, wie geht es dir damit? Ja, mir geht es mega. Der SDS ist vorbei, aber meine Karriere geht jetzt erst los. Und dass ich hier bin, freut mich total. Ich bin mega stolz, auch hier zu sein. Ich habe mega Laune, die Leute sind in Stimmung, und ja, es macht richtig Spaß hier echt. Cool. Bei der SDS warst du ja fünfte geworden, wenn ich das, glaube ich, richtig mitgekriegt hatte. Nee, ich bin siebte geworden. Ich bin siebte geworden, ins Halbfinale siebte geworden. Aber es ist schon wirklich weit von 30.000 Bewerber, Top 7, das ist schon Wahnsinn. Ich wollte gerade sagen, du warst unter den Top 10, also das muss man auch erst mal schaffen. Und heute standest du jetzt hier auf der Bühne bis eben. Ich habe dich gehört, das klang richtig gut. Wie war es für dich? Dankeschön. Ja, es war nochmal was ganz Neues für mich, weil so ein Publikum wie heute hatte ich wirklich noch nie. Man muss Stimmung machen, man muss die Leute mitreißen. Es ist echt ein schwieriges Publikum, auch wenn alle mega geil gelaunt sind. Aber man muss es auch schaffen, einfach alle irgendwie zum Tanzen bringen, zum Mitsingen bringen und nicht einfach nur sich hinstellen und singen, sondern richtig Gas geben und Party machen. Das war heute auch nochmal eine neue Herausforderung. Aber ich glaube, ich habe sie gut gemeistert. Die Leute sind ausgerastet und es hat mega Spaß gemacht. Ja, echt mega. Also das Grölen habe ich auf jeden Fall bis hier oben gehört. Also ich denke, das hast du wirklich gut hinbekommen. Wie geht es jetzt heute für dich weiter? Heute, ja heute, ich werde jetzt erstmal was essen. Ich habe richtig Hunger. Ich habe vom Auftritt gar nichts gegessen. Ich werde jetzt erstmal richtig essen und ja, feiern. Einfach nur genießen, dass ich hier bin. Die Stimmung ist mega. Tanzen, singen, feiern, abschalten. Klingt perfekt. Und darf ich noch fragen, wie deine nächsten Projekte aussehen? Wie geht es für dich weiter die nächsten Tage und Wochen? Ja, also ich habe jetzt immer mehr neue Events, Veranstaltungen, wo ich singen darf. Und ja, es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die darf ich aber noch nicht verraten. Geheimnis, aber es gibt auf jeden Fall was. Neuigkeiten, also seid auf jeden Fall gespannt. Okay, ja, ich glaube, dann bleiben wir auch gespannt. Ich hoffe, wir hören bald von dir in den Medien dann. Und ja, heute Abend ganz, ganz, ganz viel Spaß. Lass es krachen und ja, wir sehen uns bestimmt nachher nochmal. Ja, danke schön. Ja, danke. Hallo meine Liebe, du bist hier bei mir. Und wie geht es dir so? Wir sind hier bei WasenTV. Hallo, mein Name ist Nico Schwanz. Das ist Ludwig, Ludwig Siegel, vielleicht bald? Es dauert noch ein bisschen. Aber wenn ihr mal gut essen wollt, dann zur alten Post beim Ludwig. Da, zack hin. Mir wird einfach mal in eine Moderation geglaubt. Das glaubt man ja kaum. Also ich sitze hier mit Nico Schwanz und mit Ludwig Herr, dem Freund von Julia Siegel. Und freue mich total, dass ihr beiden heute Abend da seid. Mensch, was hat euch hergetrieben? Du, der Ludwig hat die Schleife auf der falschen Seite, Nico. Das hilft nichts. Das hilft nichts. Ich hab das sowieso nicht mehr mit der Schleife oder so. Entschuldige bitte. Nein, was hat uns, ja, die Jungs, die hier eingeladen haben. Hallo. Das sind zwei super Jungs. Also wer, wer, wer sind die eigentlich? Die Partyspielagenten. Da hast du absolut recht. Sehr vernünftiger Grund, heute Abend herzukommen. Haben dir, hat dir denn der Auftritt hier schon gut gefallen von den, äh, von den Zauern? Schwitzig wie eine Sau hier. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber es ist halt natürlich. Man schwitzt halt, gell? Ähm, da vorne, es war super. Die Sturmtruppers, ne? War mega. Ich stande mit Ludwig und Julia vorne. Ja, wir haben schon gesagt, mega, mega Aufruf, das ist geil. Also, wenn ihr mal kommen wollt, dann hier, 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 hier. Ja, ich hab schon gesehen, ihr habt doch schon fleißig Fotos gemacht, ne? Also, wenn erwachsene Menschen nochmal so ein Lichtschwert in die Hand bekommen, werden sie zu Kindern, oder? Wir müssen Männer ab und zu in der Hand, haben wir Männer, müssen manchmal so ein Stab in die Hand. Lichtschwert eigentlich. Den hatten wir für deinen Sohn eigentlich. Ja, das wollten wir gerade sagen, da ist der Nico in seinem Element, da ist der Nico sofort in seine Männer. Tatsächlich recht ist für meinen Sohn, deswegen halt, du sagst, wenn Lichtschwerde gezeigt werden, dann werden Männer zu Kinder. Ich werde für meinen Jungen zum Kind. Das ist aber eine schöne Eigenschaft, so sollte das sein. Wie alt ist dein Sohn? 13 geworden und so groß wie ich, glaubst du das? Ich hab meiner Mama schon mit 10 über den Kopf gespuckt, also. Ja gut, meiner ist jetzt 1,87. Boah, ist ja fast eine gute Größe. Am 30. 13 geworden, wir haben schön reingefeiert, es war super. Er durfte das erste Mal eine Bohle trinken, eine Bohle light, eine light-Bohle, eine ganz light. Ganz, ganz light, ganz ohne Geiger. Ja sowieso, wir haben sensationell gefeiert. Schön, das freut mich sehr, das klingt richtig gut. Und für heute Abend steht auch noch feiern, ordentlich feiern offen? Na ja, natürlich, also wir haben erst mal eine Krone bekommen, die ist für Ludwig gebastelt worden. Nö, die steht hier bestimmt. Und zack, wird man gekrönt. Genau, und dann trinken wir auf Württemberg, den haben wir hier hergestellt bekommen, den trinken wir natürlich. Und wir haben heute richtig geil Party, hallo. Oktoberfest Nummer 1. Mit den Partyspielagenten, da kann nichts schief gehen. Ich wollte gerade sagen, das kann nur gut werden. Und ich kenne die fast schon, also 15 Jahre. Tatsächlich, beide, beide. Den Svenny kenne ich auch, ich glaube noch ein bisschen länger, da waren die alle beide noch nicht. Der Flo, der hatte jemand anders gehabt, weiß ich wer das war, wollen wir auch gar nicht diskutieren. Gibt's den? Ach, Arschlitz! Stimmt! Ja, natürlich, aber die passen ja wie Arsch auf. Einmal, die zwei jetzt. Also, ja, viel Spaß miteinander. Die Münster-Freiheit jetzt momentan so, ist ja momentan gut, oder? Ja, geil, und wo geht's morgen dann hin? Was liegt morgen an, bei euch, Jungs? Erstmal machen wir noch eine After-Party heute Abend. Jetzt bleiben wir erstmal hier, bis der Laden dicht macht. Die After-Party? Die After-Party im Karbus vielleicht, und morgen schauen wir dann bei mir im Restaurant vorbei. Das klingt nach einem supergeilen Plan. Vielleicht kommt ich mit Papa vorbei. Herzlichst eingeladen. Oh, mein guter Ludwig. Ich bin tatsächlich mit meinem 71-jährigen Papa hier. Mein Auto ist kaputt. Papa hat gesagt, ich fahre dich. Wir sind hier. Mein Papa ist jetzt nicht hier drin, weil er gesagt hat, das ist nichts für mich. Der steuert mit seinem Adidas-Anzug da draußen und mit seinen Jugs und mit seiner Mütze und Sonnenbrille wirklich da draußen rum. Das ist so ein geiler Typ. Ich glaube, den habe ich schon gesehen und musste schon schmunzeln. Cooler Typ. Hallo? Warte mal, schmunzeln? Nee. Der ist cool, aber schmunzeln macht man nicht. Doch, als Frau schmunzelt man, wenn man sich denkt, das hat Stil. Richtig geil. Hast du den wirklich gesehen? Ja. Hör doch auf. Entschuldigung, ich habe doch Augen im Kopf. Hallo? Ja, der Schwanz ist das, ne? Der alte Schwanz. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber dann kenne ich jetzt den Jungen und den alten Schwanz. Warte mal, den ganz Jungen kennst du noch nicht, ne? Der ist Magdeburg gerade. Ich hoffe, ich lerne mal alle drei Schw... Alle drei Schw... Sie hofft, sie lerne mal alle drei Schw... Sie kennen mich. Soll ich dir was sagen? Jetzt, ähm, der Name Schwanz. Es wird ja nur umgedeutscht, dass das eigentlich Pimmel ist. Ist ja scheißegal. Bip. Okay, schneid mal raus. Aber Tatsache, der Name Schwanz kommt aus dem Mittelalter. Und dafür bin ich stolz. Wusste ich selber nicht. Ich habe aber gesagt, ist mir egal. Mein Name ist mein Name. So heiß ich nun. Fertig, aus. Letztendlich ist die Gesellschaft schuld, dass sie da mal drüber schmunzelt. Ich wollte ja Ludwig heiraten. Na, naja, Herr Schwanz wäre ja gut gewesen. Das ist mir gerade eingefallen. Was denn? Das wird nichts mehr mit uns zwei. Das wird nichts mehr mit uns zwei. Sorry, da muss ich leider passen. Aber ich mag den Typ. Du hast aber auch eine tolle Frau an deiner Seite. Nicht so. Na, 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 na. Als Freund. Sag mal, meine Jungs. Rausen wie dich. Scusi. Hast du gefragt, ob du zu meinen Jungs darfst? Du musst immer die Frau fragen. Aber du warst leider gerade nicht da. Viel Spaß beim Flirten. Und dann bitte auch auf Schwäbisch. Ich gebe mein Bestes, aber ich bin noch ein Norddeutsche. Das Einzige, was kann... Es tut mir aber leid. Es tut mir aber leid. Also, der Ludwig kann es auf Bayerisch. Du machst es auf Ossisch. Und du auf Norddeutsch. Wir sind eine tolle Truppe, würde ich sagen, oder? Jetzt mache ich das auf Ossisch. Und sie macht das dann auf Bayerisch. Komm her. Na, was denn jetzt? Wir sind eine tolle Gruppe. Also, wir sind eine tolle Gruppe. Und ein Gruppe super, incroyable, ici, sur le Vazen. Und, voilà, peu près des Tudegarde. Ja, ja, genau. Freilich. Ja, ich habe auch alles verstanden. Aber klang super. Wir sind auf jeden Fall eine tolle Truppe. Mir passt es auf jeden Fall. So gut, Summer. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, besser kann man es nicht zusammenfassen. Also, vielen Dank euch und habt einen geilen Abend. Gleichfalls. Und ein leises Servus aus Bayern. Kommt auch noch dazu. Und ich sollte ja was sagen, mein Papa ist ja noch da draußen. Wir haben tatsächlich, wir sind damals aus der DDR abgehauen. Wir haben ja kein Live-Reality jetzt, normalem TV kann ich es halt sagen. Also, wir sind abgehauen damals, DDR-Zeiten, und haben in Altbach-Deitzesau gewohnt. Deswegen ist mein Papa hier. Morgen besuchen wir Altbach-Deitzesau. Mein Papa will, der muss sehen, wo wir gewohnt haben. So, jetzt ist fertig. Dann viel Spaß morgen. Das wird super. Ich stehe jetzt mit Marc Wenger von Goldrun. Du bist das erste Mal hier als Sponsor mit dabei. Wie fühlt sich das an? Super. Ja, der Florian Gauder und die Jungs sind ja schon viele, viele Jahre Freunde von mir. Und wir haben gesagt, wir haben viele Synergien. Und dann hat Florian zu mir gesagt, wie sieht es denn eigentlich aus? Habt ihr nicht Lust, hier was zu machen? Und dann habe ich jetzt 40 große Unternehmer hier eingeladen. Und die ganzen Tische hier, auf der Seite sind alles meine Goldrun-Gäste. Und wir haben im Prinzip die halbe Veranstaltung versucht zu füllen. Und auch mit der Nina Ronaldi gesprochen. Und dann haben wir gesagt, wir machen hier eine Dependance von der Goldrun. Wir sind als Sponsorpartner mit dabei und sind auch mit unseren Unternehmer vor Ort. Cool. Magst du vielleicht nochmal kurz erklären, was genau Goldrun eigentlich ist? Goldrun ist jetzt Europas größte Sportwagen-Rallye. Wir haben 3.500 Sportwagen-Mitglieder, haben 52 Unternehmen, sind jetzt größte europäische Rallye, gehen jetzt ins Franchise in mehreren Ländern. Und ja, viele Gäste, die heute hier sind, sind Teilnehmer von uns. Und wir bereisen im Prinzip ganz Europa, Kroatien, Monaco. Wir fahren jetzt nach Italien, sind Gast bei Bagani und bei Ferrari. Und sind jetzt eigentlich so die führende Sportwagen-Community in Deutschland und in Europa. Wow, das ist auf jeden Fall beeindruckend. Und jetzt seid ihr heute Abend extra hier für hergekommen? Ja, wir bieten ja natürlich unseren Gästen und unseren Sponsoren immer wieder was Neues und sind bei vielen Events. Wir haben sehr viele Benefits geschickt, wir haben in Uganda ein großes Hilfsprojekt, wir sind bei vielen Veranstaltungen. Ich mache die Stuttgarter VIP-Night auch hier im Perkins Park immer und so. Und dann haben wir gesagt, wenn Florian was macht und die Nina, dann beteiligen wir uns nicht nur als Sponsor, sondern auch aktiv mit Mitgliedern. Und sind natürlich mit dabei. Wir haben ja auch die Julia Siegel heute hier, die macht zum Beispiel bei der Goldrun Musik. Die buchen wir als DJ und so. Mit ihrem Freund sind die dabei. Und also von dem her hat man sehr viel Synergien. Und ich kenne, sagen wir mal, 99 Prozent, die heute da sind, sind alles gute Freunde. Cool, ich meine, das ist natürlich schön, wenn man hierher kommt und dann einfach mit guten Freunden feiern kann. Also, sagen wir mal, die Stuttgarter Szene ist ja, also das, was heute hier ist, ist 80 Prozent der Stuttgarter Szene. Und wir kennen uns alle. Es ist eine große Familie. Jeder kennt jeden und wir treffen uns hier bei solchen Veranstaltungen. Und das ist, du kommst wie nach Hause. Also es ist nicht so, ah ja, den kenne ich, den kenne ich nicht, sondern es ist eine große Familie. Und das ist das Schöne hier. Also feiert ihr eigentlich Familienparty heute Abend? Ja, also manchmal sieht man hier immer Neues, weil die Leute, die die mitbringen, kennt man nicht immer alle. Aber das Grow der Leute kennt man. Und man merkt auch sofort, wenn dann jemand fehlt, wo man dann sagt, Mensch, wo war es denn gestern? Ah, ich konnte nicht. Ah, du hast gefehlt. Du hast einfach gefehlt. Ja, und wir haben ja beim Wilhelmer diese Basenbirsch, was wir ja auch haben. Und mit Micha, der Reinecke und Micha, die arbeiten ja super. Also wir lieben auch diese Veranstalter natürlich. Hat auch ihre Berechtigung. Aber die Nina Ronaldi ist ein ganz besonderer Mensch. Ein 6 Millionen Euro teures Zelt hier. Unvergleichlich von der Bauart. Es ist ein Traum, wie das Zelt hier gebaut ist. Und wir haben einfach gesagt, wir unterstützen die Nina hier, dass wir eine tolle Deportanz in Stuttgart haben. Wir brauchen das. Das Zelt hat Qualität und wir wollen ja auch Qualität transportieren, unseren Gästen. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir das hier. Ich denke, dann seid ihr hier richtig, richtig gut aufgehoben. Dann wünsche ich euch heute Abend eine Mordsgaudi, richtig, richtig viel Spaß. Und für die nächste Zeit alles Gute. Ja, vielen Dank. Euch auch viel Erfolg. Und wir freuen uns auf das tolle Video und eure tollen Beiträge. Und ihr unterstützt hier den Basen, dass es vorangeht. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Dann schönen Abend noch. Ich bin hier gerade mit dem DJ Ötzi-Dubel Mike und seiner Frau. Und ich habe mitgekriegt, du bist der Vater vom DJ Robin, der Sänger vom Song Laila. Wie stolz bist du auf deinen Sohn? Also wir sind besonders stolz, weil damit hat eigentlich keiner gerechnet. Aber er hat von klein auf angefangen und er hat erreicht, was er erreichen wollte. Also wir sind wahnsinnig stolz drauf. Das ist natürlich toll. Ich meine, der Song hat ja auch eine Menge Kritik mit sich gebracht. Wie hat euer Sohn das weggesteckt? Ja, es war zeitweise schon ein bisschen kritisch. Aber als es dann richtig losging, ja, überragend. Es ist einfach nur faszinierend, was da passiert. Ich meine, der Song ist ja auch eigentlich von keiner Hit-Playlist mehr wegzudenken. Vor allem, wenn es um Schlager, Partys, Ballermann oder Sonstiges geht. Also er ist auch happy, oder? Er ist happy ohne Ende. Und der Schlager, Laila passt ja überall dazu. Ist ja nicht nur Mallorca, ist ja hier beim Vasen ein Riesending in ganz Deutschland. Egal auf welche Feste ist es, super. Also ich kann sagen, wir sind stolz drauf und wir hoffen, dass es weiter so geht. Das glaube ich gerne. Wo ist er denn heute Abend eigentlich? Der ist gar nicht so weit weg. Der ist hier gegenüber am anderen Ende vom Vasen, im Vasenwirt und ist da als DJ. Nein, ernsthaft? Ah ja, mega. Und geht ihr nachher noch beim Vorbeischauen? Ja, natürlich. Pflicht. Mega cool. Ja, da freut ihr euch dann bestimmt auch schon drauf, oder? Auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall dahin. Ja gut, ich meine, wenn die eigenen Eltern die größten Fans sind, dann kann doch fast nichts mehr schief gehen, oder? Es gibt ja nicht nur uns als Fans, es gibt ja tausende Fans. Und wir sind auch wirklich glücklich, dass es so gekommen ist. Meine Frau und ich, wir sind happy ohne Ende. Ja, ich meine, wenn der eigene Sohn es so weit gebracht hat und so erfolgreich ist, also da kann man schon mal wahnsinnig stolz drauf sein. Ja, ich denke doch auch. Wäre jeder andere auch. Ganz bestimmt. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß heute Abend, vor allen Dingen noch mit eurem Sohn. Lasst es krachen und auch hier vorher schon ganz, ganz viel Spaß. Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Euch auch. Ciao. Dennis, steckst du hier. Was machst du hier? Bier trinken, offene und geschlossene Fragesteine. Schönen guten Abend. Und schmeckt das Bier heute Abend? Absolut. Ja, immer wieder schön bei euch zu sein hier in der Schwabenhauptstadt. Ja, Königsheim, immer wieder toll. Ja, Megan, bleibst du noch ein bisschen länger denn nur heute Abend? Ja, ich bleibe leider nur heute Abend. Morgen fische ich wieder zurück nach Mallorca. Ich will mich ja gerade besser auf meine Premiere, komme in die Programm, am Vorbereiten. Und deswegen muss es ein bisschen diszipliniert sein. Ein bisschen diszipliniert, aber heute Abend nicht. Da geht es ums Bier trinken. Geht es, absolut. Ja, dann noch viel Spaß, lass dir schmecken. Dankeschön. Also ich bin der Alexander Merz. Ich bin eigentlich der Käpt'n Knallermann. Käpt'n Knallermann, das klingt fast wie Käpt'n Ballermann. Hat das vielleicht was damit zu tun? Ja, es hat damit was zu tun, weil ich bin Ballermann-Sänger. In Bulgarien und in Malle. Ach, verrückt. Und bist du dann demnächst auch mal wieder auf Malle oder in Bulgarien? Ja, jetzt gehe ich nach Bulgarien, 21.05., ein Monat lang. Ich freue mich so drauf. Das klingt dann nach riesengroßen Party. Und wo trittst du da dann direkt auf? Ich tritt am Ballermann 6. Das ist eine geile Bar, direkt am Meer. Mittags geöffnet zum Meer. Du kannst direkt ans Meer gehen, richtig geil. Das klingt auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ja, dann, und heute Abend bist du aber nur da zum Feiern. Heute Abend bin ich hier zum Feiern, weil ich hier noch viele Freunde habe. Und es ist so geil im Vasen. Jedes Jahr komme ich gerne hierher. Und vor allen Dingen gerne hier in das Festzelt, richtig? Genau, hier ist es am geilsten. Sehr schön. Dann vielen Dank dir. Viel Spaß beim Feiern heute Abend. Und wir laufen uns bestimmt nochmal über den Weg. Danke, gleichfalls. Hi, ich stehe hier mit der Bierkönigin aus. 2018 und 2023. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Sagst du mir mal deinen Namen? Dankeschön. Ja, ich bin die Nina. Und genau, ich bin die Württembergische Bierprinzessin. 2018 bis 2023. Und es macht einfach mega viel Spaß, das Abend auszuüben. Und ich bin immer wieder auf tollen Veranstaltungen, wie auch heute hier. Ja, sehr cool. Was gehört denn zu deinen Aufgaben? Außer Bier trinken? Genau, Bier trinken zum einen. Aber ich repräsentiere auch Stuttgarter Hofbräu und bin Vasenbotschafterin. Und hauptsächlich geht es dann eben darum, mit den Menschen Fotos zu machen, Autogramme zu geben, sich einfach zu unterhalten mit denen und einfach zu repräsentieren. Ja, cool. Und aus welcher, ja, also was waren so deine Gründe, warum du es machen wolltest und es geworden bist? Ja, ich habe damals den Aufruf auf dem Frühlingsfest gesehen und ich gehe einfach super gerne aufs Frühlingsfest und trage gern Dirndl und trinke gern Bier. Und dann dachte ich mir, okay, cool, bewerbe ich mich einfach mal. Und dann war das so eine Castingphase, wo ich mitgemacht habe. Und dann wurde ich letztendlich von der Jury auf dem Basen dann gewählt. Wow, das ist natürlich ziemlich cool. Weißt du, gegen wie viele du dich durchgesetzt hast? Das haben 450 damals tatsächlich mitgemacht. Also schon einige. Oh, wow. Und wird das jetzt jedes Jahr neu verliehen oder bist du das einfach jedes Jahr aufs Neue? Also es wird offiziell auf zwei Jahre ausgeschrieben und meistens wird es dann nochmal ein Jahr verlängert, wenn es so von beiden Seiten passt. Und wegen Corona gab es nochmal plus zwei Jahre. Also wenn ich das habe, jetzt insgesamt fünf Jahre. Ja, cool, nicht schlecht. Und wann wird dann die nächste gewählt? Nächstes Jahr erst oder dieses Jahr schon? Dieses Jahr wird jetzt schon neu gewählt. Also am 3. Oktober ist dann die neue Wahl. Wow. Und bist du schon aufgeregt? Hast du dich nochmal aufgestellt? Ich muss mal überlegen, ob ich überhaupt darf oder nochmal mit denen sprechen. Also ich würde es auf jeden Fall nochmal weitermachen, weil es einfach so viel Spaß macht. Und man kommt echt zu so coolen Veranstaltungen und lernt so viele tolle Menschen kennen. Und deshalb würde ich es echt sehr gerne weitermachen, aber ich weiß halt nicht, ob es geht. Das muss ich jetzt noch so ein bisschen abklären, aber falls es geht, dann auf jeden Fall. Ja cool, dann drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen, falls du dich nochmal aufstellen lässt, dass du es vielleicht auch nochmal schaffst. Und ja, viel Spaß. Cool, dass du heute Abend da bist und feierordentlich. Dankeschön. Dankeschön. Musik Musik